Wie fühlt es sich an, wirklich frei zu sein? Jeden Tag neu zu entscheiden, wohin es geht. Voranzukommen mit der Kraft des Windes auf einem Segelboot. Wir wollten es probieren, es packen und starteten ins Abenteuer unseres Lebens. Im Gepäck das Fernweh, den Mut und den Wunsch nach Freiheit. Wir wollten wissen, was passiert, wenn man sich aus der Komfortzone heraus wagt. Plötzlich die Natur die Richtung vorgibt und wir unser Leben in die eigene Hand nehmen. Dies ist ein Buch über eine Geschichte. Unsere Geschichte. Die Geschichte unseres Abenteuers. Zweier junger Frauen, die die Leinen losgeschnissen haben, bevor sie überhaupt irgendwo auf dieser Welt festgemacht werden konnten. Die ihren Alltag eingetauscht haben, um diese inspirierende Erde zu erkunden. Fremde Länder kennenzulernen, interessante Menschen zu treffen und die Freiheit unseres Lebens zu genießen. Ein Buch übers Reisen, über Mut, das Fernweh, das Leben und die Freiheit. Was auch immer diese Begriffe für dich bedeuten, wir zeigen dir hier, was sie für uns beinhalten und wie sie Teil unserer Geschichte wurden. Und all das, was uns auf unserer Reise berührt oder bewegt hat. All die kleinen und großen Abenteuer. Und all das, was uns auf unserer Reise berührt hat. Wirklich frei zu sein. Dies ist ein Buch über die Reise unseres Lebens, die sehr spontan und ohne Plan begonnen hat. Mit dem Segelboot Pferd durch Europa. Und ein ganzes Jahr Segeln in Skandinavien. Ruhige Musik Die Kreative Mischung Die Kreative Mischung Eine Reise, bei der noch lange kein Ende in Sicht ist, aber aus der auch mit offenem Ende schon eine ganz eigene Geschichte geworden ist. Denn Geschichten brauchen kein Ende, um geschrieben zu werden. Das, was sie brauchen, ist lediglich ein Anfang. Musik Leute, es ist super krass. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich euch das heute hier jetzt in diesem Moment mitteilen darf. Endlich! Das ist unser erstes eigenes Buch. Es ist von uns geschrieben. Und wir arbeiten schon fast jetzt ein ganzes Jahr dran. Und ab heute könnt ihr es vorbestellen. Nie habt ihr uns irgendwo intensiver und tiefer erlebt. Es beinhaltet alle unsere Gedanken, die Idee, unsere Pläne, wie sich das alles entwickelt hat. Und in der Mitte vom Buch findet ihr einen Bildanteil. Das heißt, es ist nicht nur mit unseren Texten, sondern auch mit unseren Bildern der Reise, mit unseren besten Bildern der Reise bestückt. Also es ist durchweg super professionell. Und wir wollen uns an dieser Stelle auch nochmal beim Verlag, bei unserer Lektorin und bei allen Mitwirkenden bedanken, dass es so entstanden ist, wie ich es jetzt hier in den Händen halte. Wenn ihr euch unsere Geschichte durchlesen möchtet, dann findet ihr den Link in unserer Videobeschreibung. Wir würden uns unfassbar freuen. Und tut uns den Gefallen. Bestellt das Buch, wenn ihr es bestellen möchtet, über unsere Website. Das kommt uns noch mehr zugute, als wenn ihr es einfach nur bei Amazon bestellt. Was natürlich auch schon krass ist. Also ganz, 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 ganz viel Spaß beim Lesen. Wir freuen uns über eure Meinung und euer Feedback und sind einfach nur gespannt, wie sich dieses ganze Projektbuch entwickeln wird. Und ja, es ist geschafft. Es war ein Haufen Arbeit und ganz viel Herzblut. Also den Link findet ihr in der Video. Und bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.